Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Mein Name ist Michael Anger. In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie wir die Pikkäppchen für die zementfreien Kronen und Brücken herstellen und modellieren. Kontrolliere nochmals die Innenflächen und mit Weiter habe ich diese Käppchen fertig modelliert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe Ihnen hier wieder einige neue Eindrücke vermittelt zu haben. Verbleibe bis zu unserem nächsten Video. Ihr Michael Anger